Hallo liebe Leute, wir haben hier einmal den Hermann Lok neben mir sitzen auf der roten Couch. Als was bist du denn heute unterwegs, Hermann? Ja, eigentlich bin ich heute mal unterwegs als Promi-Fotograf, der ich ja auch bin. Hast du denn heute schon ganz viele Promis geknüpft? Ja gut, ich habe also meine eigene Künstlerin, die Jin Jin aus dem Bachelor, die jeder ja kennt. Die manage ich komplett, ich bin auch hier exaktiv Fotograf. Und dann halt Natalie Weiss, Jürgen Drees, Michaela Schäfer, sind also so nette Promis, die meinen Fotos vertrauen. Also gut rumgekommen. Und wie gefallen dir denn so die Prestigepartys? Einfach nur spitze, weil diese Klassik, die die Julia und mit Lars und in eurer Zusammenarbeit macht, was besseres gibt es nicht. Das ist schön zu hören. Deswegen habe ich ja extra mal heute einen jungen Model von mir mitgebracht, die Ann-Kathrin. Eine wunderschöne Dame sitzt hier neben mir, Hallöchen. Wer bist du denn? Ich bin Jani. Und was machst du so, wenn du nicht gerade auf den Prestigepartys bist? Nebenbei mache ich Shootings, war schon mal auf der Zeitschrift drauf auf dem Cover und genießt das Leben. Klingt gut, sehr gut. Und wie gefallen dir so unsere Partys oder uns bezieht heute? Liebe Nice-Partys? Also heute ist es so geil ohne Mist. Also richtig eine geile Party auf jeden Fall. Hör mal, Hermann, ich habe da irgendwas gehört mit dem Rihanna-Video. Was hat es damit auf sich? Du bist gut informiert, habe ich gehört, ne? Also gut, ich habe mit meinem schwarzen Leoparden, den ich am 10 Tage großgezogen habe, mit Rihanna gedreht. Für ihr neues Video damals, beziehungsweise für ihr neues Album Race to Dark. Wow, okay. Rihanna, internationaler Star. Was machst du sonst noch so? Ja gut, ich bin Filmtiertrainer, habe eine eigene Filmtieragentur mit ca. 180 Filmtieren. Unter anderem vom Suchen und Finden der Liebe, die Bluthochzeit, was gestern Abend im Fernsehen wieder gelaufen ist. Oder halt auch Krabat. Es sind also etliche Sachen. Kaya Janath, die Kuh zum Beispiel, ist von mir auch trainiert worden für gewisse Werbeskotten. Und ja, so ein paar kleine Sachen, was halt im Moment groß ist bei RTL. Der Kleine, der mit Rihanna gedreht hat, hat mittlerweile 80 Kilo. Der Kleine? Der Kleine, ja. Ist aber noch immer total zahm. Und springt also jetzt neben einem Model von Germany's Next Top Model in der Werbung für RTL, für die Event-Kinos vor. Den Kleinen möchte ich aber gerne mal kennenlernen. Ich könnte ihn dir zeigen. Er hat nur 80 Kilo. Nur 80 Kilo. Und dann findest du noch Zeit, zu unserer Prestigeparty zu kommen, obwohl du so viel zu tun hast? Ja gut, so ab und zu muss man auch mal den Tieren ein bisschen Ruhe können. Und dann geht halt der alte Papa mal hin und geht halt mal ein bisschen feiern. Mein Prestige ist es doch auch wert, oder? Ja, also bei dem, was man hier sieht. Die Zeit muss man sich nehmen. Ich sag mal, so viele Raubkatzen, die könnte ich nicht alle trainieren. Also ihr wisst Bescheid. Wenn ihr Raubkatzen haben wollt, Hermann Lok hat sie. Ansonsten kommt ihr zu Prestige Entertainment. Wir haben sie auch. Mag der Hermann denn noch bleiben? Wie läuft es bei dir heute? Ich denke mal schon, dass wir noch ein bisschen bleiben, weil so eine geile Party soll man sich nicht entgehen lassen, oder? Das verlässt man nicht gerne, oder? Ne. Oder vor allem bei so hübschen Frauen ist es ja klar, dass man da als Fotograf überall was findet. Das ist schön, hier mit Komplimenten überhäuft zu werden. Sowas gibt es auch nur bei Prestige. Wir wünschen euch viel Spaß heute Abend, egal was ihr macht. Und beim nächsten Mal seid ihr dabei. Denn als nächstes steht die Goldrausch-Party an. Dankeschön!